Du kennst den Satz vom Minimum und Maximum. Dieser Satz lautet, dass jede stetige Funktion, die auf einem beschränkten und abgeschlossenen Intervall definiert ist, dass solche Funktionen selbst beschränkt sind und noch zusätzlich ihr Minimum und die Maximum annehmen. Schauen wir uns nun die Voraussetzungen dieses Satzes an. Ist es möglich, den Satz zu verallgemeinern, sprich die Voraussetzungen abzuschwächen und trotzdem die Konklusion des Satzes beizubehalten? Schauen wir uns zunächst erstmal an, welche Voraussetzungen der Satz explizit nennt. Also es geht um Funktionen, die stetig sind, sprich wir haben die Stetigkeit als eine Voraussetzung des Satzes. Außerdem ist der Definitionsbereich der Funktion von einer speziellen Form, das ist ein abgeschlossenes, beschränktes Intervall. Wir haben also einen Definitionsbereich der Form, dass wir ein abgeschlossenes Intervall haben, a, b, wobei a und b reelle Zahlen sind. Schauen wir uns nun diese Voraussetzungen nacheinander an. Gehen wir zunächst zur Stetigkeit. Wenn wir diese Voraussetzung weglassen, dann ist es möglich, Funktionen zu finden, die nicht stetig sind, aber auf abgeschlossenen und beschränkten Intervallen definiert sind und die den Satz nicht erfüllen. Eine Funktion steht hier, das ist die Funktion f, definiert auf dem Intervall von minus 1 bis 1. So das gilt, x wird abgebildet auf 1 durch x für alle x umgleich 0 und an der Stelle x gleich 0 hat die Funktion f den Funktionswert 0. Wenn wir uns den Graphen dieser Funktion anschauen, er ist definiert von minus 1 bis 1. Das ist die 1 durch x-Funktion, die geht hier gegen minus und endlich, dann von plus und endlich und läuft gegen 1. Und an der Stelle 0 ist die Besonderheit, dass f von 0 gleich 0 ist. Diese Funktion ist schon nicht stetig. Die 0 gehört mit in den Definitionsbereich und an der Stelle bei der 0 sehen wir, dass wir eine Unstetigkeitsstelle haben. Dementsprechend ist die Funktion nicht stetig. Und diese Funktion ist auch nicht beschränkt, denn wenn x von der positiven Seite gegen 0 geht, geht die Funktionswerte gegen plus und endlich. Und von der negativen Seite her gehen die Funktionswerte gegen minus und endlich. Also, um das zusammenzufassen, Stetigkeit ist schon eine wichtige Voraussetzung. Das macht auch Sinn, denn die Stetigkeit sorgt ja überhaupt dafür, dass innerhalb des Definitionsbereichs es so keinen Sprung geben kann, wo dann die Funktion irgendwie gegen plus oder minus und endlich streben könnte. Schauen wir uns nun die andere Voraussetzung an, den Definitionsbereich. Zunächst einmal, wenn wir uns an die Intuition des Satzes von Maximum und Minimum erinnern, dann ist es ja so, dass die Randpunkte den Graphen gewissermaßen einfangen. Also es ist wichtig, dass die Randpunkte auch mit Teil des Definitionsbereiches sind. Wenn dem nicht so ist, sprich wir betrachten offene oder halboffene Intervalle als Definitionsbereich, dann finden wir schnell ein Gegenbeispiel. Nehmen wir hier die Funktion k definiert von 0 bis 1, was ein halboffenes Intervall ist, nach R und x wird abgebildet auf 1 durch x. Dann ist es so, dass diese Funktion unbeschränkt ist. Das ist der Graph der Funktion 1 durch x entsprechend auf diesen halboffenen Intervall. Die 0 ist nicht Teil des Definitionsbereiches, dementsprechend ist die Funktion auch stetig und durch das Streben gegen Plus und endlich ist der Satz nicht erfüllt. Eine weitere wichtige Sache ist, dass das Intervall, was wir definiert haben, auch wirklich beschränkt ist. Das macht auch Sinn, wenn schon unser Definitionsbereich unbeschränkt ist. Dann wird insbesondere das Bild auch, also es muss nicht unbeschränkt sein, aber es ist dann möglich, aus einem unbeschränkten Definitionsbereich wiederum ein Bild zu machen, was auch wieder unbeschränkt ist. Ein einfaches Beispiel ist die Funktion, die abbildet von R nach R und x wird abgebildet auf x, sprich die Identitätsfunktion. Diese ist stetig, aber das Bild ist komplett R und die Funktion ist unbeschränkt und damit erfüllt sie nicht die Konklusion des Satzes. Schauen wir uns nun an, was passiert, wenn wir zwar einen beschränkten Definitionsbereich haben, auch die Randpunkte mit dabei sind, also die äußeren Randpunkte, aber wir dann innerhalb des Definitionsbereichs ein Argument mit rausnehmen. Auch dann ist es möglich, ein Gegenbeispiel zu finden. Hier nehmen wir die Funktion m. Die ist definiert von minus 1 bis 1 und wir nehmen jetzt die 0 raus, also wir nehmen ein Argument aus dem Definitionsbereich raus, bilden nach R ab und haben die Zuordnungsvorschrift x wird abgebildet auf 1 durch x. Hier ist es so, das ist ähnlich wie das Gegenbeispiel, was wir vorhin hatten, als wir uns die Stetigkeit als Voraussetzung angeschaut haben. Wir haben wieder die 1 durch x Funktion. Nun gehört aber die 0 nicht zum Definitionsbereich, das heißt, wir müssen nicht entscheiden, welchen Funktionswert jetzt f von 0 hat. Dadurch, dass auch die 0 nicht zum Definitionsbereich gehört, müssen wir nicht betrachten, ob die Funktion dort stetig ist oder nicht. Insgesamt überall, sonst ist die Funktion stetig. Dementsprechend ist sie auch insgesamt stetig. Also wir haben hier eine stetige Funktion, aber sie ist weiterhin unbeschränkt und damit erfüllt sie den Satz von Maximum und Minimum nicht. Also wir sehen schon, wenn wir den Definitionsbereich ein wenig ändern, wenn wir ihn entweder unbeschränkt machen, wenn wir Randpunkte rausnehmen oder wenn wir einzelne Argumente rausnehmen, dann können wir den Satz von Maximum und Minimum verletzen. Also es wäre die Vermutung, oder die würde zumindest naheliegen, dass der Definitionsbereich auf jeden Fall immer ein beschränktes und abgeschlossener Wahl sein müsste. Dem ist aber nicht so. Es ist möglich, andere Definitionsbereiche anzugeben, wo trotzdem der Satz von Maximum und Minimum gilt. Ein Beispiel ist, wenn wir zwei abgeschlossene und beschränkte Intervalle miteinander vereinen. Das heißt, wir haben hier jetzt ein Beispiel. Wir haben Zahlen a, b, c, d. a ist kleiner als b, b ist wiederum kleiner als c und c ist kleiner als d. Und wir nehmen die zwei Intervalle, einmal von a bis b und einmal von c bis d. Und diese zwei Intervalle bilden jetzt unseren Definitionsbereich. Und wenn wir nun annehmen, wir haben eine Funktion g, die ist stetig auf dem kompletten Definitionsbereich. Dann ist es ja so, dass wir diese Funktion g auf jeweils eins dieser beiden Intervalle einschränken können. Wenn die Funktion insgesamt stetig ist, dann ist auch deren Einschränkung immer stetig. Das heißt, sobald wir diese Funktion g einschränken auf eins dieser beiden Intervalle, dann können wir auf jeden Fall immer den Satz von Maximum und von Minimum anwenden. Sprich, hier im linken Intervall haben wir irgendeine stetige Funktion. Und sie erfüllt hier den Satz von Maximum und von Minimum. Also wir sehen schön, dass diese beschränkt ist. Und sagen wir mal auch hier von c bis d ergibt sich so ein Bild einer beschränkten Funktion. Wenn wir nun diese zwei Graphen zusammennehmen, jeder dieser beiden Graphen ist beschränkt, dann ist auch der Gesamtgraph an sich beschränkt. Nirgendwo haben wir ein Streben gegen Unendlich drin. Und das ist insbesondere dann auch immer noch der Fall, wenn die zwei Graphen zusammengenommen werden in eine Funktion g. Also die Funktion g ist auf jeden Fall immer beschränkt. Und auch, wie sieht es jetzt mit Maximum aus? Also wir wissen aus dem Satz von Minimum und Maximum, dass g sowohl in dem einen als auch in dem anderen Intervall sein Maximum annimmt. Also hier in unserem konkreten Beispiel haben wir hier ungefähr den Funktionswert, wo das Maximum liegt und auf der linken Seite wird es ungefähr hier sein. Das Maximum dieser beiden Maximas wiederum ist ein Maximum der gesamten Funktion. Der linke Punkt hier ist größer gleich als alle Funktionswerte auf dem linken Intervall, aber halt auch größer gleich als alle Funktionswerte auf dem rechten Intervall, weil es ja schon größer ist als das Maximum auf der rechten Seite. Dementsprechend liegt hier links das Maximum der kompletten Funktion g. Und genauso kann man auch beim Minimum argumentieren. Wenn wir uns hier in diesem Beispiel das anschauen, gibt es auch für die Gesamtfunktion g ein Minimum, welches angenommen wird. Und dieses Minimum liegt dann entsprechend hier. Also wir sehen, es ist möglich, diese Funktion g auch auf noch andere Definitionsbereiche zu verallgemeinern. Um schon mal ein bisschen vorzugreifen, wie diese Definitionsbereiche aussehen, das sind Definitionsbereiche in R, die sind beschränkt. Beschränktheit ist schon notwendig und abgeschlossen. Abgeschlossenheit bedeutet, dass alle Randpunkte von diesen Mengen auch mit Teil des Intervalls sind. Das macht schon Sinn, weil wir haben ja festgestellt, dass die Randpunkte wichtig sind, um die Funktion dort einzufangen. Wenn die Randpunkte nicht mit dabei wären, dann könnte die Funktion dort gegen unendlich streben. Und solche Mengen nennt man in der Mathematik kompakte Mengen. Das ist im konkreten Fall bei Mengen von reellen Zahlen so, dass abgeschlossene und beschränkte Mengen von reellen Zahlen selbst kompakt sind. Dementsprechend ist es möglich, den Satz zu verallgemeinern. In der Topologie wird dies, beziehungsweise in den Vorlesungen zur Analysis 2, wird dies dann auch weiter ausführlich behandelt. Okay, fassen wir zusammen, was wir festgestellt haben. Wir haben uns die Voraussetzungen des Satzes vom Maximum und vom Minimum angeschaut. Wir haben gesehen, die Stetigkeit ist eine wichtige Voraussetzung. Auch die Form des Definitionsbereiches ist wichtig. Wir haben gesehen, dass wenn wir einen Intervall haben, dass die Randpunkte auf jeden Fall Teil des Definitionsbereiches sein müssen. Auch ist es wichtig, dass der Definitionsbereich selbst beschränkt ist. Auch können wir nicht einfach Argumente innerhalb des Definitionsbereiches herausnehmen. Also es ist schon wichtig, dass es innerhalb des Definitionsbereiches keine Lücken gibt. Nun müssen wir dies halt natürlich anders betrachten, weil wir ja hier gesehen haben, es ist schon möglich, auch Definitionsbereiche zu haben, die Lücken aufweisen, wo aber trotzdem der Satz vom Minimum und von Maximum gilt. Das sind halt solche Definitionsbereiche, wo die Lücken so sind, dass die inneren Randpunkte, die inneren Randpunkte hier in diesem Beispiel wären B und C, dass die immer noch Teil des Definitionsbereiches sind. Also ja, es ist möglich, den Satz vom Maximum und von Minimum zu verallgemeinern.